sichern hier geht es aber tief runter sehr tief wo geht es jetzt weiter okay wir müssen hier hoch wo sind wir eigentlich dieses level macht keinen sinn das sind nicht mehr die kerker was ist das was machen die perler hier also ich will gar nicht wissen was ich hier in diesen dunklen etwas machen wer weiß was ich hier überhaupt planen diese verrückten ja komm ich war jetzt fertig hoffentlich besiege ich mal wieder ohne ein kratzer ich war wohl zu voller ja gnadenstoße ich das liebe trank nehmen ja jetzt haben wir wenigstens zwei flaschen besser als eine und eine halbe ja speichern gibt es hier links irgendwas ja pfeile wo ist die wache die hier auf der platte stand ah ja wir haben sie gerade getötet okay ja ich dachte sie steht immer noch hier auf der platte ok jetzt haben wir um etwas ich muss es schaffen die andere platte nach unten zu drücken ja genau ja und ähm wie ging das ich habe eine suppe gerade gegessen deswegen muss ich entschuldigen für die rübser ja ich hatte von der suppe ich weiß nicht warum ich euch das erzähle aber naja ich tue es trotzdem okay die wache auf der anderen seite schaffen wir mit dem bogen und ja wir müssen warten auf das richtige timing habe ich ihn getroffen nein hat sie mir noch was abgezogen ich weiß nicht vielleicht habe ich ihn doch getroffen was jetzt ich habe ihn glaube getroffen okay jetzt tot okay jetzt geht endlich durch das blöde getter auf ich habe ihn doch 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 Okay, ich wusste, wie es aussieht, ist Level 2, haben wir Sitter und so, oder? Ja. Okay, Level 3 ladet sich schon, haha. Puh, okay. Okay, das ist Level 3, sichern wir ab und ja, ich spiele dann mal ein andermal weiter, Level 0,3, sichern, okay, Level 3, ja. Wo wir jetzt sind, weiß ich immer noch nicht, aber das sind jetzt hundertprozentig keine Kerker. Ja, ich mach jetzt mal aus.